Die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Die Unterscheidung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nichts als eine Illusion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.